Jetzt kommt unser Wein. Eine Flasche Monika Insula? Jawohl! Einen italienischen Wein von einer Österreich-Weise. Einen Salzburger. Einen echten Salzburger. Wunderbar ist das. Das ist Freude. Jetzt muss ich die Flasche sehen. Freude herrscht. Wow! Wunderschön. Schau mal. Wunderschön. Was hat er für ein Jahr gegangen? 07. Nicht länger als 5 Jahre, auch bei den sogenannten guten Wein. Ja, sicher. Klar, wir sind zusammen Trinkfreude. Also machen wir das Ding auf. Hast du gesehen, die Etikette? Ja, genau. Ich habe schon Freude. So, ist es gut? Ja, danke schön. Das ist ja wunderbar. Meine Geburtstagsflasche. Er ist nur eines. 40. Ja, 40. Okay, ich bin 15. Jetzt gibt es zu. Das ist das Zeug von Reifi. Genau. Wenn der Schasi sagt, er gibt es zu, er wird 50. Er ist gleich 50. Also ich bin wieder 60. Irgendwann schon. Irgendwann schon, ja, hast du recht. Aber da warten wir noch. Dann nehmen wir wieder ein. Genau. Das machen wir nicht lange. Hast du Bier zum Wein trinken? Geht das gut? Nein, das ist ein Bier. Ich meine, nachher macht das nicht mehr den Gaben? Nein, das macht nicht mehr den Gaben. Also mal, jetzt schon noch. Nachher, wenn ich den Wein trinke, habe ich kein Bier mehr. Dann nimmst du ein bisschen Wasser dazwischen. Denn Silja, ihr Vater macht das auch immer. Und ich kann das, wenn ich Bier trinke, muss ich nur eine halbe Stunde warten, dass es mir den Rotwein geschmackt wird. Ah, ja, ja. Ich habe das ein. Noch, geh, mach auf die Flasche. Geht's? Soll ich helfen? Nein, nein, es geht nicht. Geht's? Sehr schön, machen Sie das. Ja, genau. Herr Mozart hat es schon gesagt. Mozart? Ja, das war ja Österreicher. So, das wäre ich. Martin auch. Ihn können Sie auch ein bisschen probieren. Wir tun beide miteinander. Also, Martin. Das ist nicht fein. Sehr fein. Herb. Schöner. Vor allem hat er keinen Hochgeschmack. Das ist gut. Nein, das ist ein schöner Geschmack. Das ist fein, ja. Ja, das ist creme. Das ist fein. Das ist gut. Das ist ganz fein. Gell? Schön. Weisst du, man muss jetzt auch noch warten. Der richtige Geschmack kommt erst nach eine halbe Stunde. Natürlich. Da tut sich das jetzt im Glas entfalten. Hier nicht zu viel. Das ist meine Frau. Uns zu viel kann man viel. Nein, nein. Das hat ja auch nicht zu viel. Weisst du, das ist ja... Nein, es ist... So ist es gleich richtig. Danke, diese Dame. Wunderschön, ja. Wir sind ja gut im Skifahren. Danke. Danke, Anna. Liebe Anna, ich hätte mir gerne... Ich hätte mir gerne ein Glas bitte, damit ich ein bisschen Wasser nehmen kann. Ein kleines Glas bitte. Gerne, ja. So, jetzt müssen wir warten. Danke, merci. Ich habe gar nichts über Salat holen. Ist gut, Martin? Ja, mach das. Hast du schon alleine gelassen? Ja, easy. Danke, Liebe. Gutes Weilen haben wir hier. Mhm. Wem halte es nicht?